In dieser Woche hat uns Franck aus Toulouse gemailt. Er will wissen, welche Rolle der europäische Bürgerbeauftragte hat und wie man ihn erreichen kann. Der europäische Bürgerbeauftragte ist laut dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine außergerichtliche Beschwerdeinstanz, an die sich alle Bürger der EU wenden können. Der Beauftragte ist eine Ergänzung zu den Gerichten. Wenn EU-Bürger also ein Problem mit der Verwaltung haben, und das betrifft alle Institutionen der EU, das Parlament, die Kommission, den Rat der Europäischen Union und auch den Europäischen Rat, die Verwaltung der Gerichte, dann können sie sich an mich wenden. Und das geht ganz leicht. Einfach auf unsere Website gehen, dort steht dann ganz genau, wie man mich erreicht. Es gibt dort einen interaktiven Führer, der einen Schritt für Schritt anleitet und einem hilft sofort, die richtigen Ansprechstellen zu finden. Ansonsten kann man aber auch faxen oder eine E-Mail schicken. Vielleicht antworten wir nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden, aber sicherlich in naht einer Woche. Wenn auch Sie eine Frage stellen möchten, dann besuchen Sie unsere Website.